Die haben aber echt 24 zu 7 geöffnet. Oh, hi. Die haben auch echt den ganzen Tag auf, die Läden hier, ne? Kann das sein? Musik. Kannst du nicht mehr hören. Kannst du nicht mehr hören. Ich bin Kundschaft, hallo? Brauchen Sie was? Ja, blaue Spitzen brauch ich. Ne, Bandit. Blutspritzer. Feuerorange. Halbdunkel. Halbdunkel hört sich gut an. Heißsporn. Wie viel gibt's denn da noch? Sag mal, das ist der Wahnsinn hier. Guck mal, die haben, ich glaub, diese Halstücher, die sind gerade alle in Mode, die haben alle dieselben Farben. Kaufen wir mal wieder, Sache. Kann ich das gleich anziehen? Ich kann sogar die Geschäftsführer hier bedrohen, habt ihr gesehen? Hier mit Left Trigger kann ich die bedrohen, wie doof. Damit werden Sie bestimmt sehr zufrieden sein. Ja, ganz bestimmt. Kann ich mich auch gleich umziehen? Ne. Okay, mach ich das heute, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich kauf mir jetzt nicht irgendwie zehn Klamotten-Sets. Oh, guck mal, das mit dem Schild. Würde ich auch gerade mal machen. Einfach mal so aus Langeweile das Schild rumflippen. Boah. Geht's denn da irgendwo rein? Ich fahr da nur ein bisschen auf den Bürgersteig. Dreht man nicht gleich durch hier. Kriegen alle einen Herzanfall. Komm hier. Egal. Es gab eine dreiste Bandenschießerei im Baseballstadion. Warum hab ich die Knifte draußen gehabt? Das guckte gar nicht. Die Polizei stellte Mitglieder der Weiswollgang im Keller des Stadions, während auf den Tribunen... In einer Minute waren wir noch... Was ist meins? Dance-Mix von Mickey. Okay. Nimm Schläger bitte. Ne, tut mir leid, jetzt hab ich schon das eine genommen. Das tut mir leid. So, ich hab mir auf jeden Fall die Sehenswürdigkeit, denn... Ich glaube, das gibt Punkte. Oder irgendwas gibt das zumindest. Ich lese das nicht vor. Ihr könnt ja pausieren und selber lesen. Boah, boah, boah. So. Also, im Video jetzt sowieso, aber... Ach, Verbrechen der Kante... Ja, komm, dann mach ich das jetzt schnell. Das ist ja gerade da vorne. Lüü-Lü-Lü-Lü. Lü-Lü-Lü-Lü. Lü-Lü-Lü. Tätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätätät Ich bin jetzt schon weg. Och, Mann. Ja. Das war doof. Ich wusste nicht, woher der kommt. Mann, Mann, Mann. Wird verdächtig, die Antiquitäten zu fälschen. So, so. Bist auch ein Täter, ne? Könnte ich ja gleich eigentlich umholen hier. Na gut. Machen wir mal einen fixen Auftrag. Sammelt Laken für Obdachlose. So nette Leute. Und ich beklaue die alle. Ich bin ja so ein chaotisch Guter, ne? In die eigene Tasche wirtschaften, aber dabei das Gute im Auge behalten. Oder wie war das? Aha. Die Daten stehlen. Dann mach ich das mal. So, was... Könnte ich mal das hier... ...so Bonbonrot. Wow. Ja. Macht mal Platz, Freunde. Doch. Vorsicht. Huuu. Hat er mich schon bemerkt? Verdammt, er ist so schnell auf einmal. Macht er langsam. Oh, Heck entdeckt. Das ist schlecht. Bleib stehen. Oh. Fährst du noch schlechter als ich? Nö. Warte, warte. Aber gibt mehr Gas. Das ist sein Vorteil, leider. Warte, warte. Nicht so schnell. Alles cool, Kollege. Oh. Sorry. Ich hätte mir doch ein schnelleres Auto holen sollen. Das ist nicht ganz so geil hier. Na, komm. 30 Meter darf ich nicht... ...überschreiten. Na gut, so mittendrin. 30, 35. Bleib doch mal stehen, Kerle. Ah, jetzt gibt er wieder Gas. Nein, 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 nein. Na. Der hat immer so einen Geschwindigkeitsschub zwischendrin. Oh nein. Oh nein. Ich werde verfolgt. Ah. Ja, so können wir weitermachen. Immer schön. Die Kurven ausfahren, ich kürze ab. Das läuft. Oh, scheiße. Ich werde verfolgt. Komm, seine Kacke. Mach schon. Ja, mach doch. Ich kriege ihn. Oh nein. Oh, die machen das wirklich. Kommen. Kommen. Komm. 90. Oh, du Penner. Ich habe ihn doch... Ja, fahre ihn an das Auto rein. Das ist die Chance. Fahr ab. Oh. Ich trinke den Wichter ab. Das ist aber echt ein bisschen haarsträubend hier. Aha. Komm. Drei. Zwei. Eins. Ab. Fahrzeugneutralisiert. Komm schon, du verfluchtest Ding. Ja, ja, ja. Ich kriege den. Komm. Lieg doch zu Fuß. Nein, die entkommt nicht die Zielperson. Ist zu Fuß. Nein, du... Nein, nein, nein. So, danke schön. Oh, Leute. Der Wagen hat eine schicke Farbe. Das ist aber nett. Finde ich jetzt gar nicht. Tausend habe ich verdient. Geil. Aber komm, jetzt muss ich die irgendwie abhängen, die Säcke. Ja, komm, erst mal. Erst mal ein neues Skill. Was haben wir denn? Alles gesperrt noch. Naja. Hol ich mir später. Fortschrittbelohnung. Sehr schön. Er drängt mich doch. Erst mal die Ampel manipulieren. Habe ich gerade selbst gemacht, das Rammen. Jetzt laufen die mir natürlich auch noch alle nah. Was? Diagnose Pyromanen? Habe ich eben richtig gelesen. Blumenzentrale, Status bitte. Zentrale, runter. Machst du nicht. Runter mit dem Scheiß. Er hat eine Knarre. Ich habe keine Knarre. Auf keinen Fall. Ist gelogen. Das ist jetzt nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich bin dran. Ach, seid ihr? Wo sind die? Rass deine Karre, mach's schon. Ja, erst mal kriegen, ne? Fahr ihm rein verflogen. Na, kommt. Kommt her. Na, komm. Ja, macht der. Was soll ich denn sonst tun, du Arsch? Komm, sag ich, dass ich ihn hier irgendwo gesehen habe. Dankeschön. So läuft's im Business. Das hat sich jetzt wieder voll prolich ungehört, ich weiß. Was zum Teufel. Oh, guck mal, dass wir da auch in der Reality. Ich weiß, wenn wir noch ein paar Drogen reinkommen. Ein paar virtuelle Drogen, natürlich. Hey, weißt du, was digitale Trips sind? Oh, ja, Mann. Gib, gib, gib. Wie kann ich denn? Geht das nicht? Weil ich gerade in der Mission bin, oder was? Hm, wahrscheinlich. Hallo. Ich hab hier geparkt, ja? Komm mal auf zu hupen. Oh, bitte. Oh, bitte. Ja, und du, weil du eilig bist auf meine Parkkünste hier. Machen wir nicht so ein Aufriss. Geht das jetzt nicht, Leute? Bin ich in der Mission? Und ihr redet schon wieder über Sex im Chat. Ich bin ja erfreut, dass ihr Themen findet. Boah, abseits hier von... Was ist das denn schon wieder? Ach, warte mal, dieser rote Punkt. Wenn ich den jetzt beseitige, dann kann ich doch hier auch hacken. Na, bleib mal weg mit deinem Verbrecherkonvoi. Die gehen immer blöder aus für mich. Also, ich sterbe. Sie lachen. Ja. Wie wär's mal mit... Aber aus dem Weg gehen ist nicht. So, schauen wir mal. Wo geht's denn? Muss ich da rein irgendwo? Wisst ihr das? Sehe nur ich das so, oder gab's hier in letzter Zeit viel mehr Stromausfälle? Ja. Da sagst du was. Bin ich bestimmt nicht für verantwortlich für diese Stromausfälle. Da muss ich doch irgendwas machen. Vielleicht was hacken, oder wie? Ach, schau mal, da ist doch ein Kron. Nee, ist keiner. Ist aber eine Feuerleiter. Auch nicht, oder? Nee. Hat mehr als 10.000 Dollar Schulden. Und schifft gegen die Wand. Wisst ihr, wie ich da hochkomme? Ja, ich versuch jetzt übrigens mal so ein bisschen mehr... Oh ja. Wie Mia sagt, die Themen sind jetzt schon ein bisschen weit fortgeschritten für die Uhrzeit. Also... Haltet euch bitte ein bisschen zurück. Beruht sich von Herzinfarkt. Oder nach Herzinfarkt. Ja, dann tut es mir leid, dass ich dir jetzt dein Geld klauen muss, aber... Wird ihnen jetzt nicht unbedingt helfen, das Ganze. Ich versuch halt so ein bisschen mehr Let's Play-Livestream hier zu machen. Also, ein bisschen mehr zu kommentieren. Ihr könnt mir immer mal so ein bisschen mitteilen, was ihr davon haltet. Oh, es regnet's. Oh, der Regen sieht so gut aus. Oh, du Penner. Wie hat denn der geschrien eben? Der hat ja fast gegrint. Ah ja. Nein. Will ich jetzt nicht akzeptieren. Bleib mal stehen, du. Schweinepriester. Auf die Schnauze. Wie gesagt, ich kann es leider nicht mitverfolgen, Mia. Sonst hätte ich mal was gesagt. Aber wenn es ihr ausufert, dann schreibt das ruhig. Ich versuch eben immer mal einen Blick auf den Chat zu werfen. So, wunderbar. Dann haben wir das auch geschafft. Oh, ich liebe Gewitter, Leute. Ich bleib jetzt einfach mal eine halbe Stunde hier stehen und mach gar nichts. Das würde ich jetzt durchziehen. Also, wenn ich spielen würde. Ohne live oder ohne Aufnahme. Ne, Sehenswürdigkeit. Oh, 480 Dollar. Sag mal, ich mach die ja echt arm, die Leute. Fünf Anmeldungen geschafft. Es gibt trotzdem noch viel zu entdecken. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt wieder Juvi-Punkte gekriegt. Sonst ist es immer so schwer zu sagen. Oh, sammelt Coupons. Hast ja bestimmt Geld übrig. Oh, 620 Dollar. Sag mal, die sind ja reich. Ehemaliges Model. Ja, so siehst du aus. Hat auch 600 Dollar. Sag mal, die sind hier... Das ist der Sponsor-Viertel hier. Zack. Magst du es gerne mal versuchen, Fake Arnold? Bru 1 einfach nur. Kannst du klein schreiben, glaube ich. Ich glaube, es muss sogar klein geschrieben werden. Vielleicht geht es ja mittlerweile. Das wäre voll Töfte. Hacken. Ja, komm nochmal. Ich habe nur noch eine Mobilherausforderung. Was soll's. 1 gegen 1. Wo sind sie? Ne? Mensch, ich wünschte mir, der kippt einfach... Ja. Ja. Ja, ja. In Ordnung. Okay. Okay. Nee, musst du alles klein schreiben. Fake Arnold. Alles klein. Nicht groß schreiben. Das kann man übrigens nur als Abonnent, Leute. Also, wenn andere das jetzt probieren, dann werdet ihr keinen Erfolg haben. Ja, 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 ja. Ja, genau. Ich habe schon 5 Dollar. Oh. Oh, Systemschlüssel. Sehr schön. Frühere Kinderdarstellerin. Okay. Die haben ja lustige Sachen manchmal hier. Ach komm, das geht nicht. Dann, wo kann ich denn Poker spielen, Leute? Wo kann ich denn Poker spielen? Was, ob ich den Web-Videopreis 2014 mitbekommen habe? Nö. Ist mir ehrlich gesagt auch egal, so eine Veranstaltung. Ist mir auch ein bisschen wurscht. Kaching. Na gut, komm, dann suche ich jetzt mal. Wo könnte ich denn hier zocken? Digitale Trips. Was ist das? City Games. Ein Hütchenspiel. Nee, ich will nicht Hütchen spielen. Ah, was ist das? Trinkspiel. Geht's beim Trinken um Reflexe, wusste ich ja gar nicht. Oh, hier kann man Schach spielen wahrscheinlich. Strategisches Brettspiel. Mach ich das mal. Ich geh mal Schach spielen, Leute. Ich geh mal Schach spielen. Tschak, tschak. Oh. Hallo. Rammt mich doch nicht, ihr Schweine. Zack. Oh, oh. Sorry. Ich wollte sie nicht umfahren. Oh, ich hab sie verletzt. Kann ich ja wenigstens einen Krankenwagen rufen? Ja, 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 ist ja gut. Hup mal nicht so, es tut mir sehr leid. Auch verletzen ist scheiße. Oh, komm mal, der Regen. Ich finde es auch ein bisschen schade, das wird alles so wenig reflektiert hier, wenn man jemanden verletzt oder tötet. Also von den Zivilisten natürlich. Die Verbrecher sind mir egal. Das Tatort wird ermittelt. Oh, potenzieller Tatort. Oha, wie weit ist denn das? 200 Meter, 400 fast. Naja, komm. Gibt es irgendwo ein abgestelltes Auto? Ich will, kann es klauen, weil das ist wieder böse. Ja, also keinen mit Insassen klauen. Was crackst, du bist katholisch, aber glaubst nicht an Gott? Das widerspricht sich ein bisschen, oder? Das große Panda-Monster. Ist auch eine Glaubensrichtung, hab ich mal gehört. Ne, das war das Spaghetti-Monster. So, was ist denn das Schwein, das die überfallen will? Da ist er. Bob. Bob, der Baumeister, will sie überfallen. Ist aber nicht richtig. Hey, Lucky Quinn lässt dir etwas ausrichten. Eu, 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 eu. Ja, geh weiter. Lass es mich nicht bereuen. Auf die Schnauze. Ja, geh weiter. Hast du ein Problem? Geh weiter. Ruf verbessert. Hat einen guten Ruf. Oh, oh, oh. Guck mal, das gibt richtig gut XP, wenn ich den unschädlich mache. Sehr schön. So. Dann gehen wir nochmal ganz kurz Schach spielen. Das, was ich ja eigentlich wollte. Ach ja, bin ich richtig. Praise the sun, genau. So. Hier ist ja zu. Ach nee, hier geht's rein. Hallo. Erstmal ein Käffchen trinken. Ach so. Oh, Käffchen. Mh, Käffchen. Bis bald. Dankeschön. Guck mal, der petzt den Kaffee mit einem Schluck weg, ne? Mach's das ruhig, Fake Arnold. Ich hoffe, das wird echt heute noch freigeschaltet. Wäre das ja lustig. So, Überlebenspuzzle. Das neue Schach. Extrem Schach ist das. Hä? Zwei Runden überlebens... Was hat denn das mit Schach zu tun, bitte? Das ist kein Schach. Das ist einfach nur mit dem König ausweichen. Gegner denkt nach. Na, was guckst du? Mhm. Ach, hast du mich schon in Schach gesetzt? Was heißt Schach? Nee, echt? Ich weiß, wie man Schach spielt, du Vogel. Aha. Hast du gut gemacht. Zart er mich leider. Aber ich hab's geschafft. Vier Runden überlebt. Na komm. Ist das das Schachspiel, Leute? Gut gespielt. Ja, Nina, ich hab's mitbekommen. Hast du schon mal gefragt? Habe ich mitbekommen. Aber ich halte davon gar nichts von dem Web-Video-Preis. Und auch, dass Kollegah 3 gewonnen hat, ist mir relativ... Ist mir relativ. So. Wem, 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 wem. Ich will mal so ein Virtual-Reality-Trip nochmal haben. Die Spinne war schon cool. Oh, guck mal, dieses Gewitter und die Straße. Wie geil das aussieht. Wie ein echtes Gewitter. Soll ich euch ein Geheimnis über mich verraten? Wenn's draußen so regnet, dann stelle ich mich in meinen Garten und genieße es. Ich find das total toll, so ein Regenfall. Toll! So, wo ist mein Trip-Meister Eda hier? Ach, das steht an der Seitengasse. Macht ja nix. Ich sag's ja nur. Digitale Trips. Ist mir eigentlich wurscht zur Veranstaltung, weil irgendwie... Es ist abzusehen, wenn... Ja. Es ist immer abzusehen, dass da sowieso immer nur... Ich hab ein paar ganz feine Sachen frisch eingetroffen. Quatsch mich da nicht vor. Ich mach abzeige Delik. Du schwindst gern? Dann haben wir genau den richtigen Trip für dich. Es gewinnen sowieso immer die... Diejenigen, die sowieso schon finanziell oder... Ja. Die sowieso schon erfolgreich sind. Nicht finanziell. Quatsch. Also Leute, die erfolgreich sind, die werden dadurch noch weiter gepusht wahrscheinlich. Oder bekommen halt obligatorische Preise. Weil sie eh schon in aller Munde sind. So ein Newcomer. So richtige Newcomer. Aber was? Ich mach... Ich mach gar nix irgendwie. Oh. Ach so, funktioniert das? Was hat das für einen Scheiß? Alter. Das ist ja bescheuert, Leute. Oh man, ist das krank. Nein. Leute, das ist so abgespaced. Das ist so abgespaced. Oh, Lia. Ach, die Kacke. Neu. Das ist total krank. Lässt sich aber total schlecht steuern irgendwie, das Teil hier. Das ist so blöd bescheuert. Einfach nur. Nein. Kann man das irgendwie abbrechen, oder ist das unendlich jetzt? Oder hab ich irgendwann keine Versuche mehr? Nein. Warum? Warum? Und die bezahlte Musik dazu. Das ist so fertig einfach, ne? Oh, yo, 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 yo. Perfekt. Super. Boah. Boah. Super. Bis zum nächsten Mal.